Es gibt 10.329 verschiedene Arten, sich in Minecraft zu bekämpfen, und ich bin nur gut in einem einzigen. Also wird es Zeit, das zu ändern, und daher habe ich mich dazu entschlossen, 10.329 Runden UAC zu spielen, in der Hoffnung, dass ich endlich gut in zwei Dingen werde und mich meine Freunde nie wieder auslachen könnten, weil ich die ganze Zeit gegen sie verliere. Und ich endlich, als einer der besten Skins, welche je in Minecraft gelebt haben, akzeptiert werde. Jedoch wo fängt man an, wenn man schnell gut werden möchte, aber nicht weiß, wie? Wie? Richtig. Man kauft sich für 20 Euro Training bei den besten UAC-Spielern der Welt und versucht ihn zu besiegen. Was könnte schon schief gehen? Und auch wenn ich ihn besiegen will und wir uns bewaffnet gegenüberstehen, wusste ich, dass ich noch zu schwach war, um ihn zu besiegen. Daher war noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Kämpfen, und wir haben zuerst ein wenig gekämpft. Warte. Was? Und dann habe ich mein Schwert im Kampf weggeworfen, danach wurde ich OP-webbt, und dann befreite ich mich, und wurde nochmal OP-webbt, und dann war ich auch schon tot. Jedoch nachdem er wusste, wie ich spiele, konnte er mir viele Tipps geben, welche mich viel besser machten, ohne zu wissen, dass er gerade seinen größten Feind trainierte. Und als wir danach weiterkämpften, ist das passiert. There's no way. Ja, richtig gesehen. Ich habe gewonnen. Jedoch hat er nicht wirklich ernst gespielt. Und um mich wirklich beweisen zu können, müsste ich ihn nicht nur besiegen, sondern auch bloßstellen. Und das bedeutet, ich muss ihn besiegen, selbst wenn er ernst spielt. Denn zum einen hat er mich nach meinem Sieg sieben weitere Mal getötet, nur um mir zu zeigen, dass ich nicht annähernd so gut bin wie er, wofür ich mich auf jeden Fall rächen muss. Und zudem muss ich in 30 Tagen meinen UAC-Tiertest machen, worin getestet wird, wie gut ich wirklich bin. Daher gab es nur eine Option für mich. Ich musste trainieren, und das sehr viel. Und da kommen die unendlich viele Runden oder 10 ins Spiel. Denn wenn ich sowieso trainieren muss, um meinen Feind zu besiegen und jedem zu beweisen, dass ich gut bin, kann ich nebenbei auch mein Rundenziel erfüllen. Und alle meine Ziele würden am Ende zusammenführen zu dem wichtigsten Ziel überhaupt. Der beste Crafter zu werden, der je existiert hat. Und wie jeder weiß, wird man nur der Beste, indem man sich langsam Schritt für Schritt hocharbeitet. Und da ich gerade noch nicht sehr gut war, nahm ich mir die ersten mittelmäßigen Spieler vor. Einer dieser Spieler war Gusel. Welcher von sich selbst denkt, er wäre einer der Besten. Und ich, als rechtschaffender Crafter, musste ihm natürlich das Gegenteil beweisen. Also trat ich gegen ihn an und gab alles, was meine Minecraft-Arme hergeben konnten. Nice. Doch, auch wenn ich ihn absolut auseinandergenommen habe, bin ich jetzt gerade immer noch nur ein mittelmäßiger Spieler. Und auch wenn ich noch nicht lange spiele, stehen mir noch weitaus schlimmere Gegner bevor. Denn zum einen will ich, bevor ich meinen Tiertest mache, noch gegen Oculus kämpfen. Und da, wo ich zuvor versagt hatte, endlich mal gewinnen. Und weil Oculus halt ein ziemlich guter Spieler ist, sollte ich damit besser noch warten. Und mich erst langsam hocharbeiten, bevor wieder etwas Schlimmes passiert. Jedoch, als ich gegen all diese okayen Spieler kämpfte, fiel mir auf, dass diese bereits schon viel zu gut für mich waren. Wie sollte ich dann jemals gut genug werden, um Coldify zu besiegen? Und das Problem ist, ich will doch einfach nur dazugehören. Ich meine, stellt euch vor, wenn zieht mich aus einem epischen Paket voller Karten, es wäre einfach nur eine Enttäuschung. Man würde sich denken, ach man, hätte ich einfach jemanden von den Guten gezogen. Doch wie soll ich so gut wie die werden? Wie soll ich jemand werden, der ich noch nie war? Und erst recht, diese ganzen Zweifel, welche mich einfach nie in Ruhe lassen. Mit jedem Fortschritt, den ich mache, wird es einfach nur schwerer und schwerer. Doch andererseits wusste ich auch, der einzige Weg, etwas zu ändern, ist sich den Gefahren zu stellen. Und einfach einen Pixel vor den anderen zu setzen. Bis man der ist, der man sein möchte. Und auch wenn ich bisher nur ein wenig über 1300 Runden gespielt hatte, wusste ich, dass jede einzelne Runde mich näher zu meinem Ziel bringen würde. Also, setzte ich meine Reise fort. Also spielte ich weiter und das tagelang, jeden Tag 8 Stunden. Doch bei dem ganzen Spielen war immer diese eine Sache, welche mich störte. Ich zerstörte zwar meine Gegner so sehr, dass sie vermutlich Minecraft danach verkauft haben. Jedoch wusste ich nie, habe ich jetzt einen guten oder einen schlechten Spieler dazu gebracht, sein Minecraft zu verkaufen. Was auf Dauer ein großes Problem war. Denn woher sollte ich dann wissen, ob ich gut oder schlecht war? Wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, sehr gut zu sein, aber eigentlich die ganze Zeit nur gegen Noobs gewinne, dann würde ich zu 100% am Ende trotzdem meinen Test nicht schaffen. Und gegen Coldify würde ich auch noch verlieren. Daher brauchte ich dringend einen Weg, wie ich meinen Skill genau messen kann, ohne einen Tiertest zu riskieren. Wo, wenn ich ihn nicht beim ersten Mal schaffe, Ewigkeiten auf einen zweiten warten muss. Das bedeutet, man bräuchte einen Minecraft-Server mit Ranking-Systemen in Kid1 vs. 1s, welcher dazu noch einen deutschen Ping hat. Nur, leider gab es das nicht. Also habe ich aufgegeben und gar nichts gemacht. Spaß. Hahaha. Wie ihr mich kennt, habe ich natürlich 800 Euro insgesamt an Programmierer- und Serverkosten bezahlt, um genauso einen Minecraft-Server herzustellen. Von Maps bis Cosmetics bis Freunde-Systemen bis hin zu dem wichtigsten Teil. Ein Ranking-System. Worin ich genau sehe, wie gut ich in jedem Kid bin. Und da man mit 1000 Elo startet, wollte ich natürlich ein wenig mehr Elo haben. Denn ich wollte ins Leaderboard. Auch wenn das vielleicht unmöglich wird, da dort nur die 10 besten deutschen Spieler sind, wollte ich es trotzdem versuchen. Und ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und veranstaltete das wohl schwerste PvP-Training jemals mit Wut, Hass und Trauer in mir. Und da vernichtete ich jeden Gegner oder wurde vernichtet. Ich habe nicht ernsthaft gerade 28 Elo verloren. Jedoch aufgeben war bei diesem Training keine Option. Denn diesmal durfte ich keine Ausnahme machen und musste eine Woche jeden Tag 8 Stunden Minecraft spielen. An Tag 1 bin ich sehr häufig gestorben und hatte sogar einfach unter 1000 Elo mehrmals. Was nicht so gut ist. Deswegen lass einfach Tag 1 überspringen und direkt zu Tag 2 kommen. Denn ab Tag 2 war ich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht genau warum oder was dazwischen passiert ist. Aber nachdem ich geschlafen hatte, war ich auf einmal am nächsten Tag so schnell und konnte Leute holen, welche mich an Tag 1 noch besiegt hatten. Es war einfach nur ein Tag dazwischen. Ich verstehe nicht warum. Aber immerhin konnte ich so Tag 1 mit 1112 Elo abschließen. Doch irgendwie kam ich nicht ganz auf meine gewünschte Elo. Also habe ich das gemacht, was jeder in dieser Situation machen würde. Ich habe mir PvP-Training gekauft. Auf Fiverr. Ja, also fragt einfach nicht. Jedoch war hierbei der Plan, meinen Trainer komplett zu zerstören. Einfach nur um seine Reaktion zu sehen. Weil aus seiner Sicht ist es dann so. Er ist der Trainer und muss mir etwas beibringen. Doch was soll er mir beibringen, wenn ich besser bin als er? Und zudem ist es sein erster Auftrag auf ganz Fiverr und es passiert ihm direkt sowas. Irgendwie ist das ganz schön gemein. Vielleicht sollte ich das doch besser lassen. Am Ende denken noch Leute, ich wäre gemein. Ey, was soll das? Ihr könnt mich doch nicht einfach wegschieben. Das ist mein Video. Also ging ich mit ihm zusammen in ein Discord-Call und das Training ging los. Erst wollte er mich testen. Also habe ich erstmal entspannt gespielt, weil ich nicht direkt übertreiben wollte. Aber dann habe ich einfach gewonnen. Und dann wollte er mich noch ein wenig weiter testen. Und nun ja, vor allem am Anfang hatte ich einfach noch Angst gehabt, ob ich vielleicht verlieren würde, weil er tatsächlich kein schlechter Sword-Spieler ist. Aber als ich dann gegen ihn gespielt habe und dann das passiert ist, wusste ich, dass ich gewinnen werde. Ich meine, es war so, wie als müsste er von seinem PC aufstehen, zu so einem Wasserrad laufen und daran drehen, um auf seinen Wassereimer zu kommen. So langsam hat er gespielt. Und direkt danach hat er mir auch noch mit dem Crossbow eine übergezogen. Was ziemlich gemein war. Also habe ich mich auch dafür gerecht. Und weil ich ihn die ganze Zeit besiegt habe, hat er ein wenig angezweifelt, ob ich wirklich das Fiverr-Training brauche. Und dann hat er einfach das gesagt. Naja, du klingst ein bisschen wie Basti, muss ich sagen. Kannst du auch wahrscheinlich sein. Wie Basti? Mhm. Kein Wunder, warum du so ungefähr heißt. Meinst du Basti-GAG? Bravo. Ja. Ja, ja. Jetzt ist es raus. Ich bin Basti-GAG. Also, vielleicht. Ich habe doch auch keine Ahnung. Aber danach hat er mir tatsächlich zu meiner Überraschung noch ein paar gute Tipps gegeben, woran ich wirklich schlecht war. Wie zum Beispiel der Abstand zum Gegner in UAC, welchen ich sehr selten einhalte. Wovon ich sehr überrascht war, dass er das tatsächlich bemerkt hat. Und dafür, dass er das erkannt hat, habe ich mir auch eine tolle Bewertung geschrieben. Er hat mich trainiert und mir meine Schwächen gezeigt. Ich bin sehr schwach in dem Schwertkampf. Das ist doof, aber sehr cool. Durch ihn konnte ich endlich besser werden. Und ich werde eines Tages meine Freunde bekämpfen können. Sehr cool. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Fünf Sterne. Guck mal, wie nett ich eigentlich bin. Obwohl er dachte, ich bin Basti-GAG. Habe ich ihn doch trotzdem noch gut bewertet. Und natürlich noch 10 Euro für das Training bezahlt. Also, meiner Meinung nach hat sich das gelohnt. Doch, ob es wirklich was bringen wird, werden wir erst in den nächsten paar Tagen sehen. Denn ich habe mir vorgenommen, in den nächsten 7 Tagen das zu trainieren, was er mir gesagt hat. Und am Ende werden wir dann wirklich sehen, ob ich besser wurde dadurch. Und so grindete ich die Tage weg und wurde wirklich täglich besser, da ich jeden Tag gegen richtig gute Spieler kämpfen konnte. Und während ich versuchte, meinen Abstand zu Gegnern in OAC einzuhalten, wurde ich auch besser in Lava platzieren und blocken mit dem Schild. Was beides dazu führte, dass ich sogar Platz 10 in OAC wurde. Aber, seht selbst. Ja, 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 okay, 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 zwei Elo fehlen. Ich glaube, zwei Elo fehlen. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Top 10. Und das war wirklich nicht einfach. Es ist nicht einfach viel spielen. Man muss viel spielen und gleichzeitig gut sein. Und dass ich es endlich geschafft hatte, nach 16 Stunden Spielzeit, hat mir die nötige Kraft gegeben, um mich noch ein zweites Mal Oclus zu stellen. Für die Leute, die es vergessen haben, damals habe ich gegen ihn gespielt und habe mir wegen dem Kampf die Hand verstaucht, weil ich etwas sauer war. Und ich habe Schmerzen davon bis heute. Also würde ich sagen, dass jetzt endlich die Zeit gekommen ist, mich dafür zu rächen. Wir legten beide sehr stark los. Und er hat mir bereits in der zweiten Runde solche Kombos gegeben. Ja, okay. Jedoch in der vierten Runde war ich dann auch endlich eingespielt. Und ich habe ihm diese Kombo gegeben. Oh moin, die Musik muss rauter. Jedoch dann ist lange nichts passiert. Wir hatten den einen oder anderen spannenden Kampf, wo es relativ knapp war. Jedoch hatte ich es nie geschafft, ihn zu besiegen. Und das ging dann so weiter bis Minute 22, wo sich alles ändern sollte. Okay. Und nach meinem ersten Sieg wollte ich versuchen, ihn ein zweites Mal zu besiegen. Und das innerhalb von zehn Runden. Also hatte ich nur noch neun Runden Zeit, ihn zu besiegen, bevor ich mit einem 9-1 verloren hätte. Und meine einzige Chance, ihn zweimal innerhalb von zehn Runden zu besiegen, für immer verlieren würde. Also gab ich alles dafür, um ihn noch ein letztes Mal zu besiegen. Und mein monatelanges Leiden ein für allemal zu beenden. Ich neino zwei, drei, 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 vier, drei, vier, drei, vier, 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 zwei, zehn . Dude, ich mir ultraszend. Und damit hatte ich es endlich geschafft und habe am Ende sogar 3-2 gespielt, was mit 5 Runden insgesamt sogar bei der Hälfte liegt von dem, was mein Ziel war, welches ich mir gesetzt hatte. Und so hatte ich endlich Rache genommen für meine Hand und meinen Klavierstuhl, welchen ich übrigens immer noch habe und er jetzt endlich in Frieden ruhen kann. Doch auch wenn ich hiermit einen Sieg für meine Seite gewinnen konnte, war der Kampf noch nicht zu Ende. Denn ich musste noch meinen Tiertest beenden, um endlich sicher zu sein, dass ich es überhaupt schaffe, Coldify zu besiegen oder ob ich nur meine Zeit verschwenden würde. Denn schließlich hat er Videos auf seinem Kanal, wo er nur mit seinem Gameplay ohne Stimme und nur mit Musik über 70.000 Aufrufe erreicht. Also ja, ich werde gegen einen der besten Spieler in UAC spielen und deswegen war mir der Tiertest auch so wichtig. Doch das stellte sich als schwerer heraus, als gedacht. Denn nun hatte die Tierlist ein Update rausgebracht, was Tiertests komplett sinnlos machen würde, wenn das Update rauskommt. Und es fühlte sich so an, wie als würde der Traum Lordeer 3 zu werden, wofür ich 6 Monate lang gearbeitet hatte und bereits 11.481 Spiele UAC gespielt hatte. Vor meinen Augen für immer verschwinden und ich jetzt nie wieder einen Tiertest machen könnte, da Lordeer 3 bald sowieso nichts mehr wert wäre. Jedoch hatte ich schon zu viel Zeit investiert, also suchte ich eine Alternative und es stellte sich heraus, dass 1200 Elo in Ranked ungefähr dem Skill von einem Lordeer 3 entspricht. Und da ich das bereits am fünften Tag erreicht hatte, worüber ich sehr glücklich war... Oh mein Gott! Oh, erste Runde! War ich mir nach all den kleinen Siegen, welche ich erreicht hatte, wie Platz 1 in den meisten Kills, Top 10 in den UAC, 1200 Elo in den UAC und Oculus in 5 Runden zweimal zu besiegen. Endlich war ich mir sicher, dass ich gar keinen Test mehr brauchte. Endlich hatte ich verstanden, was ich wert war. Und dann konnte ich mich endlich auf meine Angst stellen. Die selbe Frage habe ich mir auch gestellt. Bin ich der Sohn eines Crafters? Der Sohn eines Menschen? Ein Schüler? Ein Lehrer? Wie sich herausstellt, bin ich alles zusammen. Ich bin der PvP-Meister. Ich bin der Sohn, Doch auch wenn ich endlich meine Angst besiegt hatte und wusste, dass ich gewinnen kann, lief es nicht so wie geplant. Ich starb sehr, sehr oft. Fies. Yippie. Und es sah so aus, wie als würde ich mein Ziel, ihn in unter einer Stunde zu besiegen, nicht schaffen. Und als ich die 39 Minuten erreichte, dachte ich schon darüber nach, für die nächste Stunde des Trainings zu bezahlen, da ich es eh nicht mehr schaffen würde, ihn in unter einer Stunde zu besiegen. Doch dann erinnerte ich mich, dass ich endlich mein Feather Cape hatte und ich all die Kraft, welche ich durch das Cape erhalte, entfesseln konnte, um mich von meinen Quallen, welche sich sechs Monate lang anbauten, zu lösen und endlich frei zu sein. Und ich bin der Sohn, wie ich mich von mir mache, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ganz am Ende hatte ich verstanden. Meine Geschichte hatte vielleicht keinen so glücklichen Anfang. Doch das macht mich nicht zu dem, der ich jetzt bin, sondern das Ende meiner Geschichte. Du willst, wie ich mich gegen wichtiger geschlagen habe, bevor ich gut wurde, nur erzählen, hier das Video dazu. Und mein nächstes Video wird hoffentlich nicht sechs Monate brauchen.